Guten Tag liebe Zuhörer. Der Mittelpunkt der Botschaft Jesu Christi ist das Reich Gottes. In seinen Reden kommt das Reich Gottes als Thema mit Abstand häufiger vor als jedes andere Thema. Jesus sprach dreimal so oft über das Reich Gottes als über die Liebe. Wir lesen in Markus 1, die Verse 14 bis 15. Jesus ging wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Nun, was meinte Jesus, als er vom Reich Gottes predigte? Ist das heutige Christentum das Reich Gottes auf Erden? Oder ist das Reich Gottes nur durch eine große Kirche vertreten? Oder ist das Reich Gottes, wie einige meinen, im Herzen der gläubigen Menschen zu finden? Diese verschiedenen Auslegungen über das Reich Gottes sind weit verbreitet. Im Wörterbuch wird das Wort Reich als Imperium oder Staat definiert. Ein Reich umfasst daher verschiedene Elemente. Erstens ein Staatsoberhaupt, zweitens ein Hoheitsgebiet, drittens Untertanen und viertens ein Rechtssystem. Nun, schauen wir uns diese vier Punkte genauer an. Erstens, wer ist der Staatsoberhaupt des Reiches Gottes? Nun, Jesus Christus wurde geboren, um ein König zu sein. Und wir lesen das in Lukas 1, die Verse 30 bis 33. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Sogar vor seiner Kreuzigung bestätigte Jesus diese Bestimmung seines Lebens. In Johannes 18 und in Vers 37 lesen wir, Da fragte ihn Pilatus, So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, Du sagst es, Ich bin ein König. Etwas 60 Jahre nach dem Tod Jesu bestätigte der Apostel Johannes in der Offenbarung, dass Jesus als König aller Könige und Herr aller Herren ein zweites Mal kommen wird. Und das lesen wir in Offenbarung 19 und in Vers 16. Und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Wo wird Jesus regieren? Wo wird sein Hoheitsgebiet sein? Auch das können wir aus dem Wort Gottes erfahren. Das lesen wir in Offenbarung 11 und in Vers 15. Und der siebente Engel blies seine Posaune und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, Es sind die Reiche der Welt, unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, Jesus Christus wird also herrschen. Nun worüber wird er herrschen? Das bringt uns zum dritten Punkt. Wer sind die Untertanen im Reich Gottes? Nun in einer Vision durfte der Prophet Daniel die Antwort auf diese Frage erfahren. Wir lesen das in Daniel 7, die Verse 13 bis 14. Und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Das Reich Gottes ist also für alle Menschen bestimmt. Ganz gleich welcher Nationalität oder welcher Hautfarbe sie haben. Und das bringt uns zum vierten Punkt. Nach welchem Rechtssystem wird im Reich Gottes regiert werden? Und das lesen wir in Jesaja 2, die Verse 3 bis 4. Und viele Völker werden hingehen und sagen, Kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege. Und wir wandeln in seinen Steigen, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrnwort von Jerusalem. Ja, das Herrnwort, das Gesetz Gottes, wird gelehrt und auch danach gerichtet werden. In Jeremiah 31 und in Vers 33 lesen wir eine weitere Stelle. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ja, alle Menschen werden die Gelegenheit bekommen, Gott wirklich kennenzulernen und von ihm regiert zu werden. Wenn Sie mehr über dieses Thema wissen wollen, über das Reich Gottes, dann bestellen Sie unsere kostenlose Broschüre Das Reich Gottes eine gute Nachricht. Sie können sie auch kostenlos auf unserer Webseite herunterladen. Auch für Sie hat das Reich Gottes eine Bedeutung. Auch Sie können mithelfen, diese Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Denken Sie darüber nach. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017